Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich Bloons The Tower The Defense 2.9.6 Ein epischen Armtheuer von Affen vs. Bloons. Ich habe schon mal gespielt, ja, aber ich möchte eine neue Kampagne beginnen. Ich kenne mich mit allem aus. Ich habe immer andere Taktiken, ich habe es einmal installiert, zweimal installiert, das ist jetzt das dritte Mal, ich bin immer andere Taktiken gegangen. Ich hatte alle Max Hauptmann beim ersten Mal und ich würde sagen, die Bloons haben deine Stadt übernommen. Halte die Bloons davon ab, durchzukommen. Oh, ich bin zu alt. Verziere zu Beginn einen Wurfweilaffen. Wurfweilaffen ist ein stinknormaler, dummer Affe. Nein. Ich platziere einen weiteren Wurfweilaffen und dann aufspiele. Dann muss ich das machen, dann setze ich ihn da hin, dann setze ich ihn immer da hin, aber passt schon. Ich habe vergessen, ob Speedy ganz heiß. Wie dumm bin ich. Die Musik ist am besten. Das war einfach. Ich war auf dem Spieltipp, um die nächste Runde zu starten. Weißt du was? Ich drücke einfach Autostart. Jetzt Autostart. Autostart ist aktiviert. Was bedeutet, dass jede Runde automatisch bestartet wird. Diese Einschränkung kannst du im Optionsmenü ändern. Juckt mich nicht. Ich sehe da oben schon, ob gerade ist. Da da oben gerade ist. Hui. Und, ähm, ich sehe sehr viele Uff. Ich habe mich gerade erschrocken. Nein. Ich möchte das danach das. Oh, ich kagu mich in meine Ruhe. Ui. Und er sieht mehr. Nee, nee nee nee. Ui, 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 ui. Brauchst du Hilfe? Nein, aber danke für die Nachfrage. Quincy ist ein Affenheld. Nein, Quincy ist eigentlich... Ich habe es nicht gelesen. Nein, ich möchte dich nicht kennenlernen. Ich möchte dich alle kennenlernen, außer Quincy. Du hast alle Fähigkeiten, deine aktivierte Fähigkeiten. Diese erzeugen mächtige, temporäre Effekte, mit deren Hilfe du gewinnen kannst. Überlege genau, wann du sie verwendest. Ja, nie. Alter, das ist mein Lieblings... Ach... Äh... Äh... Das ist wirklich mein fucking Lieblings-Affel. Die YouTuber hassen den. Ja, es spielen sehr viele YouTuber das. Oh ja... Ich finde es scheiße. Na, 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 na... Etwas größere Reichweite. Ich würde sagen, die können überall hinschauen. Anscheinend sind sie aber zu dumm dafür. Weil Spiel. Ja, beste Begründung ever, weil Spiel. Hier bekomme ich den Novellpreis. Danke. Danke. Nein. Leider. Kann ich noch erinnern, wie ich das erste Mal ein Spiel gespielt habe. Das war verdammt doch so neu für mich. Wirklich, das war so... Okay. Was machen wir? Bei Minecraft war meine erste Welt kreativ, wo ich einen Schleimhaus gebahrt habe. und es mal zerstört wurde. Ähm, ich nehme den. Dann habe ich erst mal noch einen dummen, blöden Hunden. Das wird schwer. Denn jetzt kommen neue Blumen. Und zwar... Ha. Hab dich doch verorscht. Ja. Ich brauche den nicht. Tschüss. Ah, verdammt. Warum kann ich ihn nicht verkaulen? Und schnell den für XP. Braucht ich nicht. Der erste Level ohne Hellen schaffen. Das ist mein Motto. Der schafft das eh. Der hat Null. Du schaffst das. Du killst die. Du rasierst die. Wuhu. Wuhu. Hundert Geld. Hundert Dollar. Jetzt bin ich reich. Ja. Ja. Ja, ich habe es. Willkommen zu Hause. Ich brauche 50 Geld. Was ist da denn? Hm. Da sehe ich schon neue Sachen. Ähm. Ich möchte nicht gespollert auf die Sachen. Boah, das schaut cool aus. Ich bin ein ähm das mein Liebenkaffee also nehme ich ihn auch. Äh. Danke. Die Arbeit eines Jahres. Öffne 365 Mal die tägliche beliebige Händler Stufe 20 und Platz Baah. Wir uns platzen lassen. Das schaffen wir. Morbkiller 25 Morbs zu stuhen. Wow. Cool. Gras. Hüpfer. Und wenn ihr Hintergrundgeräusche habt, tut mir leid. Tut mir echt leid. Äh. La 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 lalalala von die Musik ist so schildig aktuell. Gewinne auf neun verschiedenen Anfängerkarten. Ein Sieg auf erster Sieg. Die 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 Jobber. Die 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 Mal schauen. Ui, was für Höselt. Pech. Experte steckt aus. Da ist das, das, das. Das, 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 das. Ich weiß nicht. Ah, verdammt. Bis bald! Umba, Nungu Ah, ich glaube es. Ah, verdammt. 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 Oh, verdammt. Ah, verdammt. Und ich spierste. Vielen Dank.